Hallo liebe Freunde, hier ist der Meister von Betontot. Herzlich willkommen auf dem Mond. Wie ihr seht, mir ist keine Reise zu weit, um euch zu grüßen. Wir spielen im Juni auf dem Novarock und es würde uns tierisch freuen, euch dort reichlich begrüßen zu dürfen, mit uns die Bühne zu rocken. Natürlich hoffen wir, dass ihr so saugeiles Wetter mitbringt, wie ich hier gerade auf dem Mond habe. Und wie sagt man so schön, wir sehen uns auf der Bühne. Stay Punk und bis dahin. Ciao, euer Meister.